So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich erhalte Informationen von einem Charakter. So, ich war eben schon mal hier. Genau in Weeping Woods, da wo der Bot ist, der einem verrät, wo die Lagerfeuer sind. Ich bin deshalb dahin, weil eigentlich derzeit dürfte da keiner landen. Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht zum anderen Bot hingehen soll, der mir dann die Informationen geben kann. Das ist halt echt derzeit nicht so einfach, weil gefühlt entweder landen überall Bots, landen die Leute nur bei den Bots, oder aber der Bot ist nicht da. Also, wir versuchen unser Glück einfach nochmal. Genau an dem Parkplatz ist der Bot nämlich, dass der, der uns halt wie gesagt die Lagerfeuer verrät. Und wie gesagt, wenn ich euch schon öfters helfen konnte, gerne einen Like da lassen. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, gerne ein Abo raushauen. Und, wer richtiger Unterstützer sein will, gerne meinen Creator-Code eintragen. Yt-Fan-Dirk. Grüße gehen an der Stelle schon mal raus. So. Hier unten bei dem Bot kann man das Ganze auch machen. Ich bin gerade überlegen, ob ich da hingehen soll. Ja, einer ist definitiv hier auch. Oh Leute, bitte nicht. Dann hier unten bei dem Bot funktioniert das glaube ich auch. Also, ich will halt irgendwie einfach safe landen, einfach Bot ansprechen, Informationen abholen und fertig ist. Achtung, ich kenne mein Glück. Ach, Mann, du Wanderloren hat mich glaube ich gesehen. Ist der Bot da? Bitte. Ja, der Bot ist da. Er. Da unten seht ihr ihn. Er ist immer da in dem Bus drin. Dann die Leute haben nämlich auch keinen Bock auf die Bots. Aber, wir sind ja nur hier für die lagerfreie Mission. Und zack, ihr seht oben links 40.000 XP. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr ihn in der einen Runde nicht findet, probiert es einfach nochmal. Ihr seht, die Bots sind vollkommen im Ausficken. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß noch mit den weiteren Aufgaben. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.